Die hierzu erwerbende vollständig renovierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Ansbach. Das im Jahr 1981 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Außenparkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 87 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 98.500 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.